Sind Wachteln laut? Hallo und herzlich willkommen bei Wachteln in drei Minuten, erklärt von der Wachtelfarm Hedstedt. Übrigens, wenn dir meine Videos gefallen und auch schon geholfen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hilfst und dein Wachtelfutter und Wachtelbedarf und auch alle anderen Amazon-Bestellungen künftig über meinen Shop-Link hier oben tätigst. Dafür ganz herzlichen Dank. Ja, im Rahmen meiner Deutschland-Tour war ich jetzt bei verschiedenen Wachtelhaltern und natürlich, wenn die Tiere etwas natürlicher gehalten werden in Volieren, wenn auch ein Fokus gelegt wird auf Nachzucht, auf Naturbrot, sind auch Hähne mit im Gehege. Und was soll ich euch sagen? Ich weiß ja bei mir aus dem Stall und aus der Stallanlage, dass die Hähne schon unheimlich laut sind. Wenn man die dann in einer Voliere hat und die Krähen, führt das dazu, dass man die auch einige Meter weit hört. Manch einer berichtet sogar, dass die Wachteln eigentlich hinterm Haus sind, das Schlafzimmer geht nach vorne raus und selbst da hört man die Hähne je nach Intensität auch Krähen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie der Wind steht und wie ruhig es grundsätzlich in der Umgebung ist. Die Wachtelhennen sind absolut problemlos. Lediglich, wenn sie dann wirklich mal schimpfen und meckern, dann kommt mal so ein Gackern raus, das dann auch mal ein bisschen lauter wird. Aber das kommt bei weitem nicht an den Geräuschpegel ran, den die Wachtelhähne verursachen. Also Hennen sind absolut problemlos, was die Lautstärke betrifft. Wenn es denen gut geht, du eine gute Haltung hast, die ausreichend Platz haben und Verstecke, dann hörst du von den Hennen vielleicht mal so ein leises Gurren. Es ist relativ entspannt und das entspannt natürlich auch den Wachtelhalter, weil man sagt so schön, Hühner beobachten, beruhigt. Ich kann euch sagen, Wachteln beobachten. Wenn es Wachtelhennen sind, das beruhigt noch viel mehr. Wenn du einen Hahn dabei haben möchtest, weil du die Eier vielleicht auch mal ausbrüten möchtest oder als Bruteier nutzt, dann ist es natürlich so, dass der Hahn auch öfter mal anzeigt, dass er da ist und dass er dann kräht. Und das Krähen eines Wachtelhahnes ist vom Geräusch her etwas ganz anderes wie von einem Hahn, wie du es von Hühnern kennst. Ich persönlich mag das Krähen der Wachtelhähne gar nicht. Und ja, das Risiko, dass deine Nachbarn das nicht mögen, ist auch relativ hoch. Also Hähnen, leise, Hähne, laut. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video, Abo nicht vergessen. Und ich würde mich freuen, dich sonntags im Livestream zu begrüßen.